Der Eclipse Adapter. Wenn Sie Ihr Frontsonnendach Eclipse direkt am Wohnwagen verwenden möchten, um gleichzeitig auch das Seitenteil wieder zu montieren, brauchen Sie diesen Eclipse Adapter. Weil der Wohnwagen ist ja viel höher, als normalerweise Ihr Frontsonnendach vorm Zelt steht. Und diesen Unterschied müssen wir irgendwie ausgleichen. Dieser Eclipse Adapter ist ein extra Teil und wird ganz einfach montiert. Ich ziehe es hinten in die Wohnwagen-Kederschiene ein. Dann habe ich diese Verbindungsprofile. Die werden auf den Keder des Adapters aufgeschoben und einfach oben auf das Gestänge aufgeklickt. Das Ganze mache ich von hinten nach vorne. Es gibt kürzere Adapterteile und längere Adapterteile. Das ergibt sich daraus, wie praktisch an der Seite die Klettverschlüsse sind. Wenn ich diesen Adapter jetzt montiert habe, sehen Sie, ich mache aus einer Schräge eine Gerade. Darauf schiebe ich dann diese Doppelkehlerprofile. Die werden natürlich mit jedem Adapter gleich mitgeliefert. Und wenn ich diese Doppelkehlerprofile aufgesetzt habe, dann kann ich die Seitenwand genauso montieren, wie sie es normalerweise beim Frontsonnendach machen. Simpel, einfach, immer eine Lösung für jeden, der es verwenden möchte. Entweder am Karawan oder auch vorne vom Vorzelt. Entweder am Karawan oder vom Vorzelt.